Yo, es geht ab, liebe Rapspot.de Zuschauer, ich bin Boshi San, ich bin gerade hier in der Färberei mit Glamalicious. Wir haben gerade den Rapspot.de Exclusive Track aufgenommen. Es geht um den Sommer von 99 darin. Es ist keine Brian Evans Cover Version, sondern es geht darum, wie ich mit Hip-Hop groß geworden bin, wie mich der Sound der 90er geprägt hat. Und ja, ich hoffe, ihr taugt euch, ihr könnt euch damit identifizieren. Checkt das aus. Props gehen raus an die Rugga Snowler Click, an Team Makassi, mein Concept 4 zu 1, 58 Beats, Rapspot.de